Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alien Isolation mit mir, dem Hängerboy und unserer kleinen Amanda Ripley. Wir befinden uns auf, hier, da steht's, hier, da, da, sie war es Topol, ein fröhlicher Ort für tote Menschen. Und mich, der noch lebt. So, wir haben in der letzten Folge einen Wartungsheber bekommen. Damit können wir jetzt diese Strebe hier öffnen und mal schauen, was passiert. Ganz ruhig. Okay, okay. Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie, Ripley? Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebiebt. Ich hab's gesehen. Meine Liebe, das ist das Geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Okay. Wie heißen Sie? Axel. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Kannen Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss zur Kommtzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Heute ist Ihr Glückstag. Na los, Süße. Siegson Communications befindet sich im Systech-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück. Aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig. Wir lauern so einige Gefahren. Okay? Okay, Axel. Dann können wir das jetzt aufmachen. Ich dachte schon, der erschießt mich jetzt. So. Er ist nicht allein unterwegs. Ich will nicht lange hier rum. So, und jetzt stirbt er. Oder auch nicht. Sind Sie mir da hinten gefolgt? Ich musste Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. Staff- Staff- Loge. Exit to Station. Bleiben Sie bei mir. Was? Hey, keine Bewegung. Oh, okay, okay. Wir wollen keinen Ärger. Wer sind Sie? Ich bin John. Das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Hey, da wollen wir auch hin. Verraten Ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna? Na los, okay? Es tut mir leid. Viel Glück. Seid vorsichtig da vorne. Ich hab da Geräusche gehört. Mhm. Was zur Hölle sollte das denn? Warum waren Sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist sicherer. Ist aber nicht so klug. So. Kannst du mal bei mir bleiben? Mein Kleiner. Endlich. Bleib stehen. Okay. Sitz. Sitz, Axel. Sitz. Sehr schön. Gut. Wollte ich mich hier kurz umgucken. Kommt man hier rein? Ja, Alter. So. Hier braucht man nämlich eine Leuchtfackel. Okay. Hat sich ja sehr gelohnt. Ah. Schrott. Okay. Hat sich gelohnt. Und hier. Noch mehr Schrott. Okay. Da kommt man nicht rein. Okay. Na, klasse. Okay. Eine Leuchtfackel für zweimal fünf Schrott oder was es waren. Hat sich gelohnt. Ich mach Licht, ne? Uh. Ja. Warum sollte ich dich belügen? Erstmal speichern. Wie hält die die Fackel, wenn sie mit der rechten Hand die Fackel hält? Hm. Moment. Lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Und schwupps weg ist er. Die Station ist alt und eigenwillig. Okay, doch nicht. Na, worauf warten Sie? Drücken Sie den Knopf. So. Bis dann, Leuchtfackel. Tschüss. Okay. Drauffahrtterminal, ein Frachttransport. Seid Sie hier bloß ruhig. Es könnten Leute unterwegs sein. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort. Hören Sie mal zu, Herzchen. Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flaschen. Welche Haare? Wir werden es zu meinem Schiff schaffen. Ich muss wissen, was los ist. Jetzt sofort. Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein. Was anderes. Ein Monster. Ein Monster, sagt er. Also ich nenne die Dinger ja Xenomorph, aber was soll's. Hallo. Also die Grafik ist super. Das Einzige, was mich bis jetzt daran gestört hat, war, dass man keinen Eigenschatten besitzt. Halten Sie die Steuerung und bewegen Sie die Tasten. Wir müssen hier weg. Hier lang. Runter. So ein Schwachsinn. Wir sollten uns nach dem Ausweg umsehen. Bist du wahnsinnig? Es gibt keinen Ausweg. Wenigstens sind wir hier unten sicher. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Und jetzt Ruhe. Du machst mich nervös. Okay. Wir werden bald schlafen müssen. Ich pack das nicht viel länger. Ärger. Wir müssen an denen vorbei. Folgen Sie mir. Gute Idee, Axel. Nette Typen wie ihn. Wenn Sie sich bemerkbar machen wollen, bitte ist Ihre Beerdigung. Die Waffen sind nicht zum Spielen da. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen Sie. Man nennt es Überleben. Hm. Ich finde, er ist dumm sein. Alle wenden sich gegeneinander. Die Angst macht die Leute verrückt. Ist mir schon aufgefallen. Mhm. Erstes Beispiel, Axel. Zack. Sie leben hier? Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wer weiß, wann Sie nochmal die Gelegenheit kriegen. Ähm. Was kann ich mir denn hier nehmen, außer dem Bindemittel, was da auf dem Boden lag? Ich verstecke mich schon eine Woche hier und warte auf ein Schiff. Warte auf Sie, wie es scheint. Okay. Ich bin mir nicht mit dem Ding rum. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben schnappen. Nehmen Sie genug Batterien mit. Aber leuchten Sie nicht mit dem Ding rum. Nicht, dass wir erwischt werden. Dann los. Nein, 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 nein. Ich muss doch speichern. Ich muss doch speichern. Lass mich speichern. Du Dussel. So. Dankeschön. Lag hier noch was irgendwo? Oh. Double Flip. So, das kann man ausmachen. Da ist hier noch irgendwas, außer den Kepler-Chips. Hä? Ich habe dich doch gerade ausgemacht. Sehr merkwürdig. Okay, ich komme. Puh. Jetzt geht es wieder los. Und nun? Und ich habe keinen Schatten. Ich habe ein Auge auf den Lüftungsschacht. Irgendwo hier ist noch einer. Ich habe ihn markiert, damit ich ihn nicht vergesse. Wie kann man denn die Taschenlampe aktivieren? Mit F? Hier lassen Sie sich umschauen. Wir gehen nirgendwo hin, bis Sie nicht den Schacht gefunden haben. Lassen Sie die Taschenlampe mit bedacht. Okay. Hm. Hier ist nichts. Da ist nichts. Ich will Loot. Wie viel... Okay, wir haben noch drei Flares. Wie lange hält denn die Batterie von so einer Taschenlampe? Hier ist nichts. Da ist nichts. Ich kriege noch Zustände. Ja. Ich habe auch mein Kollege hier. Axel, ist es der hier? Warten Sie. Ich komme ja schon. Kann man hier rein? Nein. Konnte man doch hier durch irgendeinen Lüftungsschacht kriegen? Ich wusste, dass er hier irgendwo ist. Sehen Sie? Nein. Nein. Okay. Gut. Ich sehe schon, wo es lang geht. Irgendwo hier. Da. Und ich habe nur ein Balken verbraucht. Also in dem Spiel heißt es wirklich sparsam mit seinen Ressourcen umgehen. Und jetzt? Komm, geh zu. Es ist nicht ratsam, sich hier zu lange aufzuhalten. So kommt man hier von A nach B? Wenn man am Leben bleiben will, ja. Na ja. Torrance, das ist also Ihr Schiff, wie? Hm. Ruhe. Ich habe was gehört. Ja, schon gut. In Ordnung. Wir müssen zu den anderen. Irgendwas stimmt nicht. Es stimmt immer irgendwas nicht. Komm schon. Nicht, dass der sauer wird. Ich glaube noch immer, dass wir mehr Vorräte brauchen. Waffen, Nahrung, wo immer wir das finden können. Folgen Sie mir. Hm. Sollen wir den hinterher schlechen? Warte. Ich will wissen, wo die hergekommen sind. Da waren wir vorhin. Ethanol. Sehr schön. Und deswegen sollte man immer erst in die entgegengesetzte Richtung laufen. Okay. Wir müssen wir leise sein. Okay. Habe ich nicht vor. So. Und jetzt? Bin ich doch. Ich stehe ganz woanders. Was ist der Notfall? Hier war jemand. Alle in Alarmbereitschaft bleiben. Haltet eure Waffen bereit. Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt. Verstanden. Bleibt hier, während ich unsere Vorräte prüfe. Ich bilde mir die ganze Zeit ein, dass ich es durch die Sende verfolge kann. Gegen die können wir nicht ankommen. Ankommen? Wir müssen trotzdem hier durch. Die Tür am Ende. Die da. Versuchen wir ein Ablenkungsmanöver. Der Generator. Wenn der ausgeht, werden sie nachsehen müssen. Sie sind kleiner als ich. Sie machen weniger Lärm. Super. Wo steht denn der Generator? Ich sehe den gerade nicht. Er hat als letztes die Vorräte geprüft. Ich? Was ist? Hast dich ein bisschen selbst bedient? Was zum Henker soll das denn heißen? Hey! Er war die ganze Zeit bei mir. Uns fehlen Essen, Munition und Medikamente. Wenn es keiner von uns war, hatten wir recht. Jemand war hier. Das ist gar nicht gut. Ich dachte, wir wären hier unten sicher. Verdammt! Was ist mit dem Schloss, das Joe gebastelt hat? Da war ich gerade. Ist noch fest verschlossen. Augen auf! Haltet eure Waffen bereit. Jemand muss dem Chef Bescheid sagen. Chef? Der ist ein einfacher Verkäufer. Ja? Glaubst du, du kannst das besser? Das meint er nicht. Ich sag ja nur, dass... Halt die Klappe! Ja, schnell, 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 schnell. Den Rest von dem Kram hier zu checken. Wenn du es schaffst, 5 Minuten lang mal die Schnauze zu halten. Generator ausschalten, los! Boah, ich werde die ganze Zeit ruhig und... In den Schacht, schnell. Der Generator ist abgestellt. Hast du dich selber ausgeschaltet? Nein, jemand ist hier. Sehen wir mal nach. Sehen wir mal nach. Kommt mit. Okay, jetzt. Drei, zwei, eins. Rausklettern, rausklettern. Komm schon. Die sollten jetzt weg sein. So, und jetzt? Wester, kommen Sie raus, dann tut es scheint, nicht kaputt zu sein. Woher willst du das denn wissen, Einstein? Wenn der Generator durchgebrannt wäre, wäre hier auch. Er funktioniert trotzdem... Uh, beim ersten Versuch. Uh, hu, 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 hu. Das Spiel ist super. Binde mittel. Vielleicht hätte ich noch ihre Vorräte ein bisschen stehlen können. Aber so böse bin ich nicht. Weiter zu finden und nicht wieder anzuwerfen. Wie weit noch? Fast da. Razit ist gleich da vorne. Hoffentlich ist Ihr Schiff auch noch da. Silvastopol entspricht nicht so ganz Ihren Erwartungen, wie? Nein. Sollte eigentlich gar nicht hier sein. Meine Ausschiffungsunterlagen waren auf letzte Woche datiert. Tja. So, erst doch hier kurz lesen. Silvastolink privat. Ein Auge zudrücken. Wie, wie S. S. Was steht da? S. S. Habe endlich das erwähnte Zeug ergattert. Der Chief wird gar nicht bemerken, dass etwas fehlt. Bei der Schließung einer Station geht immer etwas verloren. Machen Sie sich keine Sorgen um den Zoll. Sinclair hat seiner Truppe gesagt, sie sollen fünf gerade sein lassen. Okay. Die sind wahrscheinlich sowieso zu sehr mit Faulenzen beschäftigt, als dass ihnen irgendetwas auffallen würde. Qualität hat eben ihren Preis. Bailey. Mh. Schmeckt gut. Super süß. Oh mein Gott. Das lese ich jetzt leider nicht. Tut mir leid. Das ist ein bisschen zu lang. So, ein paar kürzere Texte gehen ja noch, aber... Inventar. Inventar. Nichts darf ohne Absprache mit mir entfernt oder auf der Diste abgehackt werden. Aspirin 4. Konserven 32. Müsli 6 Packungen. Oh ja. Wasser. 4 Gallonen. Zahnpaste 12 Tuben. Zigaretten 3 Stangen. Toilettenpapier 26 Rollen. Klupeband 6 Rollen. Medikets 2. Milchpulver 52. Milchpulver. Notiz. Munition neigt sich dem Ende. Zoe konnte sich ein paar Medikamente schnappen. Alle an dieselbe Person adressiert. Warte. Die werden wohl nicht mehr gebraucht. Okay. Gut, Axel, dann geh mal vor. Oder ich mach's, weil du mir zu langsam bist. Strom wiederherstellen. Erst aus. Die Scheißkerle haben uns abgeschnitten. Ich hab's. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig betätigen, um sie zu öffnen. Ich nehme die hier und sie gehen zu dir auf der anderen Seite. Okay. Dann werde ich jetzt geschnappt. 100 Pro. Hallo. Ich hoffe, da kommt jetzt keiner hinter mir. Fertig. Auf drei. Eins. Zwei. Drei. Ähm. Hinter dir. Arschloch. Komm her. Ich hab den Scheißkerl. Ihr Penner glaubt wohl, ihr könnt euch hier einfach bedienen. Lass mich los. Warte ab. Helfen. Ich muss schnell rennen. Das ist mein Eigentum. Kapiert? Oh shit. Das war laut. Das war sehr laut. Shit. Hauen wir ab. Die anderen sind unterwegs. Wir müssen los. Jetzt. Hey, ihr Sack. Ach du Kacke. Ähm, 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 ähm. Scheiße. Ich glaube, er ist tot. Wir haben ihn umgebracht. Nein, ich hab ihn nur leicht den Kopf eingedrückt. Oh shit. Sie haben ihn getötet. Weil er mich töten wollte. Er oder ich. Hier geht es ums Überleben. Verstehen Sie das? Hören Sie da was? Ich höre was. Axel? Scheiße. Was ist das denn? Ähm. Ähm, 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 ähm. Ähm, 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 ich will hier weg. Ich will hier weg, 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 weg. Warte, ist auch Loot? Müssen wir das? Ja, müssen wir. Oh, hier kamen wir her. Ich bin doof. Ach du Kacke. Ist hier irgendein böse ich lieb. Aber bitte nicht knuddeln. Alter. Alter. Nein, 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 nein. Ich würde sagen. Eskabe. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Let's play Alien Isolation. Das war's mit Axel. Und das war's auch von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Tschau, Leute. Isolation. Kann Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018